Ich brauche neue Jeans. Vuoi venire con me a fare shopping? Vorresti tu con me fare shopping venire? Willst du mit mir einkaufen kommen? Vuoi venire con me a fare shopping? Vorresti tu con me fare shopping venire? Willst du mit mir einkaufen kommen? Non ho bisogno di nulla. Io bisogno non. Ich brauche nichts. Aiutami a scegliere. Aiuta a me a scegliere. Hilf mir zu wählen. Aiutami a scegliere. Aiuta a me a scegliere. Hilf mir zu wählen. Posso avere questa cartolina? Posso io questa cartolina avere? Kann ich diese Postkarte haben? Ich brauche neue Jeans. Ich brauche neue Jeans. Willst du mit mir einkaufen kommen? Willst du mit mir einkaufen kommen? Willst du mit mir einkaufen kommen? Ich brauche nichts. Ich brauche nichts. Hilf mir zu wählen. Kann ich diese Postkarte haben? Kann ich diese Postkarte haben? Kann ich den Importweg Too larm? Ich brauche investir die Postkarte. Ich brauche diese Postkarte. Wenn ich diese Postkarteinkle ilsidieren. Ich brauche diese Postkarte zu langhe. Ich könnte hilfreich sein. Ich möchte ein Kilo dieser Trauben haben. Vorrei un Kilo di quest'uva. Io vorrei un Kilo questa uva avere. Ich möchte ein Kilo dieser Trauben haben. Compriamone un paio. Lasciamo a noi un paio comprare. Lass uns ein paar kaufen. Compriamone un paio. Lasciamo a noi un paio comprare. Lass uns ein paar kaufen. Avete una taglia medio-grande di questa t-shirt? Avete voi questa t-shirt in grosso medio? Avete una taglia medio-grande di questa t-shirt? Avete voi questa t-shirt in grosso medio? Haben Sie dieses t-shirt in größe medium? Avete voi questa t-shirt in grosso medio. Avete voi questa t-shirt in grosso medio. Avete voi questa t-shirt in grosso medio? Ich könnte hilfreich sein. Ich möchte ein Kilo dieser Trauben haben. Ich brauche neue Jeans. Ich brauche neue Jeans. Willst du mit mir einkaufen kommen? Ich brauche nichts. Aiutami a scegliere. Aiuta a me a scegliere. Hilf mir zu wählen. Posso avere questa cartolina? Posso io questa cartolina avere? Kann ich diese Postkarte haben? Ich könnte hilfreich sein. Ich möchte ein Kilo dieser Trauben haben. Haben Sie dieses T-Shirt in Größe Medium? Ego? 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 Bis zum nächsten Mal.